Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelshorst-Kommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das fühlt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Zögern. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Das ist voll heftig. Richtig heftig. ... ... ... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe den Rekord aufgenommen. Da haben wir sie doch. Oh, ich sehe schon, dass es langsam ist. Da bist du! Schon ist er gar nicht mehr so bedrohlich, obwohl er größer ist als der Basin. Da bist du! Ich habe den Rekord aufgenommen. 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 Nun tanzt mich vor dir nicht verstecken! Und jetzt auch noch spannend mit deinem... Oh, ich muss ihn aber nicht finden. Das ist nicht lang. Ich habe genug Sporen. Ich muss zur Aktivierung des Gegenmittels entwickeln. Ah, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Krog? Er wird kein Problem sein. Was ist mit Krog? Was ist mit Krog? Ich hab's nicht mit Krog. Das ist mit Krog. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah! Shhh. Ja. Das war's für heute. Schuss! hat unsere abkürzung aufgemacht so 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 Loser, bin ich entkommen! Loser, bin ich! Jetzt. Weiser Voraussicht hat er diese Falle gebaut. Längeres K.O. machen mit dem Batwing. Finde ich sehr gute Idee. Finde ich die Feder raus! Ich schneide ein... Ich schlage dich grün! Ich schlage dich grün! Wira, du durch die Masse durchsaust. Der ist so geil. Ich finde das Camping so cool in dem Spiel. Ich glaube, du hast es gespürt. Die Pflanzen spielen verrückt. Ich sehe seismische Ausschläge überall. Das ist nicht gut. Okay, ich hab die Proben. Ich geh jetzt zur Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Gut, ich würde dir raten, dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Ich bin kassier. Ja! Jetzt glaube ich, du wirst du weg der Höhle deinen Grab. Okay, du musst dann weg und esGo-Anhalt einstellen, ich will da gerne weg. Ich habe gedacht, das wird dein Tier-Drum. Ich bin sicher, dass du kurz zurückholst und das stellst du wieder zurück. Ich dann brauchst du es in der Pfingst. Wenn du mit einem Kuss um die 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 Kuss? Hier wurde neues Leben eingehaut. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Verschreckung zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Ich dachte, es wäre der Betthöhle in Gang. Hihi! Scannen und öffnen. Ich würde jetzt sagen, open sweet home, aber er ist ja nicht der Herr. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger als ich dachte. Das Verfahren ist langsam schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, Ihre Pflanzen haben den Gothen River erreicht. Batman! Batman! Bruce, ist alles okay? Das war's mit der Betthöhle. Oh, der hat doch gerade ein nice Gadget. Oh, ja! ULTRA BAD CROW! Ah, das klau! Ah, das klau! Das klau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017